Tag 3768 auf der Gamescom 2018. Nein, wir sind auf Tag 4. Meine Stimme ist schon ganz schön weg, aber der letzte Tag, wir lassen es hier nochmal richtig krachen. Ich fühle mich, eSports ist eine größere Teil der Gamescom und das ist sicherlich etwas, was ich mag. E-Vo ist wie der World Championship für Beat'em-Up, so er ist der World Champion. Wie real ist es für dich? Es ist noch immer wieder, ich kenne die Replays zurück, aber es ist noch nicht fully in, aber es ist noch nicht da. Die neuen Features in FIFA sind zum Beispiel das neue Taktiksystem, das neue Time Finishing, das du wirklich im richtigen Moment abschließen musst. Auch wenn man jetzt den Spieler anspielt, kann man direkt, wenn man den rechten Stick drauf drückt, den Ball so hoch flicken bei der Annahme. Und das sind einfach so coole Sachen, die ein bisschen mehr Spielspaß noch reinbringen. Gamescom 2018 ist zu Ende. Wir sind fertig, unsere Stimmen sind weg, meine Stimme ist weg, Kameramann ist kaputt. Es wurde gezockt, bis die Tastaturen glühten und die Controller kaputt gegangen sind. Vielen Dank an Vodafone für diesen krassen Spaß hier, es war absolut krass. Wir sehen uns im nächsten Jahr. Bis dann! Wir sehen uns im nächsten Jahr. 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 Wir sehen uns im nächsten Jahr.